Colonia Veneta ist eine norditalienische Gemeinde mit 8.646 Einwohnern in der Provinz Verona in Venetien. Die Gemeinde liegt etwa 34 Kilometer südöstlich von Verona, etwa 30 Kilometer südwestlich von Vicenza und etwa 40 Kilometer west-südwestlich von Pontua. Colonia Veneta grenzt unmittelbar an die Provinz Vicenza. Durch die Gemeinde fließt der GUA. Geschichte Die Gegend wurde ursprünglich von den Venetären und den Eucanian besiedelt. Dass bereits in der Zeit Augustus eine Siedlung, möglicherweise ein Herrlager bestand, kann an archäologischen Funden belegt werden. Mit dem ausgehenden Mittelalter wurde Colonia Veneta Teil der Republik Venedig. Verkehr Der Bahnhof an der früheren Bahnstrecke von Treviso nach Ostilia ist mit der Stilllegung der Strecke 1987 inzwischen verwaist. Durch den Ort führt die frühere Strada Stadtale 500 die Lonigo bzw. Del Coloniese, Söhne und Töchter, Francesco Sarigo, ordensgeistlicher emeritierter römisch-katholischer Bischof von Goroka in Papua-Neuginia.